Willkommen zurück bei FA. Gestern hatte ich Spiel und wichtig ist ja, dass man am nächsten Tag Mobilisationsübungen macht. Dafür ist am besten geeignet Blackroad und ich werde euch jetzt ein paar Übungen zeigen. Beim Benutzen von Blackroad muss man auf zwei wichtige Aspekte achten. Ob wir vorm Spiel sind oder nach dem Spiel. Vorm Spiel muss man Blackroad viel schneller benutzen, damit die Muskeln aktiviert werden. Aber nach dem Spiel ist es sehr, sehr wichtig, dass man sehr, sehr langsam, wirklich sehr, sehr, sehr langsam über die Muskeln fährt. Jetzt fangen wir an, wir beginnen von unten Fahrbeuglust, langsam nach oben. Also wir beginnen mit der Wade. Schön langsam. Die Beine ruhig auch ein bisschen drehen dabei, damit man wirklich jeden Muskel trifft. Wichtig ist, dass man wirklich langsam über die Muskeln trifft. Und das natürlich treiben, machen, treiben. Und dann kann man weiter hoch. Jetzt sind wir beim hinteren Oberschenkel. Um es intensiver zu gestalten, legt ihr einfach euer anderes Bein auf das ausführende Bein. Und dann wird es natürlich wesentlich intensiver. Da habt ihr mehr Druck auf euren Muskeln. Und auch hier natürlich nicht vergessen, bei einem bisschen drehen, um wirklich auf jeden Muskel zu treffen. Was viele benachlässigen, wenn sie mit ihrem Blackroll arbeiten, ist es Gesäßmuskulatur. Was aber sehr, sehr wichtig ist. Jetzt kommt jetzt schon vor der Oberschenkel und auch die Gegenseite. Jetzt kommen wir zu den Adduktoren. Wichtig ist, dass ihr schön reingeht. Ihr könnt ruhig auch mal stoppen und einfach euer Bein hoch und runter bewegen. Und dann natürlich weiter machen. Natürlich darf man auch hier die Gegenseite nicht vernachlässigen. Nachdem wir den Unterkörper mobilisiert haben, kommen wir jetzt auch zum Oberkörper. Und auch hier arbeiten wir uns von unten nach oben. Zur Hilfe könnt ihr euch hier festhalten, damit es stabil bleibt. Denn oftmals rutscht der Blackroll immer weg. Jetzt macht das Wasser Bock. Jetzt könnt ihr euch noch oben verarbeiten. Und jetzt den ganzen Rutschen. Und jetzt den ganzen Rutschen. Ganz hart unter euch mobilisieren wir jetzt Schienbeinmuskulatur, was sehr, sehr schmerzhaft ist. Und nebenbei, wenn ihr noch andere Mobilisationsübungen kennt für den Unterkörper, schreibt es ruhig in den Kommentaren. Also, wow. Also Schauspieler, das hier nicht, das tut wirklich weh. Aber was weh tut, ist auch gut. Und nicht vergessen, nach dem Spiel ganz langsam. Auch mal bei einer schmerzhaften Stelle stehen bleiben. Und dann langsam wieder weiter raus. So Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst bitte nicht, gefällt mir zu drücken und mich natürlich zu abonnieren. Hier findet ihr noch mehr Videos von mir. Und ja, ich wollte nochmal auch Hinweis geben zu meinem Instagram- und Facebook-Account. Findet ihr auch da und da. Und tschüss.